Ganz viele Körperschaften, die auch Jugendlichen aus dem Rund um die Uhr Computerspielen. Bei vielen Jugendlichen ist der Stuhl vom PC längst zum heimischen Standplatz geworden. Von hier aus können sie gegnerische Soldaten abknallen, sich in Orks verwandeln und ab und zu ein paar Welten retten. Virtuell lässt sich im Kinderzimmer so ziemlich alles erleben, man muss nun rund um die Uhr am Bildschirm leben. Dass irgendwann der Moment kommt, wo der Spieltrieb zur Sucht wird, Begreifen Eltern nicht nur erst, wenn das eigene Kind aus der Sonne Computern ist. Held! Godlike! 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 What the hell are you trying? Now I know there's something, whatever do you, you still seem think you're about it. Why are you still denying? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja.